Wann nicht runterfallen, ne? Da hinten. Na ja, ich seh das. Ja, ich werd richtig gut aufpassen. Lass mal die Shift-Taste los. Nein, die Shift-Taste bleibt nur da, wo sie ist. So, jo, damit willkommen zurück hier bei Minecraft. Ja, man muss echt aufpassen hier jetzt. Das ist echt gefährlich hier. Ich bin fast hier runtergefallen. Ich weiß, es ist auch meine Schuld, dass ich keine Schilder eingeschleppt habe, dass hier eine Baustelle ist. Du musst noch begrüßen. Hallo, Freunde. Schön, dass ihr da seid. So, die Dreste kommen hier bei uns. Du, was habest du? Kommst du, wolltest du hier? Also ich baute hier einen etwas größeren Cobblestone-Generator, der ein bisschen mehr Blöcke generieren tut und das eben schneller mit Abbauen geht. Gucken, ne? Wir gucken, ne? Ja, auch wegen symmetrisch. Seht ihr was gut da? Ja, ich weiß. Der Minzapfer, da bin ich also jetzt fix dabei aufzupassen, symmetrisch. Ah, symmetrisch, ich glaube, das passt schon wieder nicht ganz hier symmetrisch. Symmetrisch. Aber ich glaube, es wird schon symmetrisch, ne? Wie groß will ich das eigentlich nur bauen, ne? Weiß ich nicht. Das ist erstmal jetzt hier die Frage natürlich, ne? Es ist eben so, so, so. Wichtig ist natürlich auch ab und zu mal in der Facke zu sitzen. Was ist denn einfach mal... Oh, hab ich das jetzt hier gemacht für Kacke? Äh... Okay. So, sieht doch schon alles viel schöner aus und auch ein bisschen so ein Zaun zwischen ist, finde ich. Also, ja. Ach ja, Mensch, die Birke ist ja gewachsen hier. Nee, die Tanne. Die Fichte. Die Fichte. Die Tanne. Die Fichte. Ach ja, Hermitsch, da sind wir so durcheinander, ja. Die alte Fichte. Ich weiß ja gar nicht, wer das mal erklären soll, ey. Ja, das kennt man ja eigentlich schon mittlerweile bei mir. Also, da muss man ja auch nicht mehr ernst nehmen, ne? Also... Ich bin alt. Ja, du bist mehr als alt, muss ich sagen, ne? Aber ich verstehe es auch für dein Alter. Ich staue dich eigentlich, dass du es so fügtest, dass du überhaupt noch weißt, was du hier machst überhaupt, ne? Wo bin ich eigentlich? Ist das Minecraft? Ich weiß es nicht, wo du bist. Also, es wird an Ende für dich selbst herausfinden. Also, ich hätte gedacht, dass es irgendwie hier... Weiß ich nicht. Du könntest ja eine Zuschauerumfrage machen und fragen euch das, wo bist du. Wo bin ich? In der Pixelwelt. In der kleinen, kleinen Pixelwelt. Ach du Heilige. Was denn? Brauchst du das Eisending oder was? Guck doch mal. Ah! Und da noch live. Oh, schön, ne? Aber da würde ich ihm aber vorsichtshalber hinten was zumachen, ne? Oh, ist doch wieder herhältlich, Alter. Schöner Diamant. Hinten? Ja, da musst du dann nochmal aufkloppen. Also, ich mache hinten auf. Sicher ist sicher, ne? Sicher ist... Sicher ist... Wieder ein schöner Diamant. Ich setz mich da rein. Da müssen wir ein Foto machen. Da machen wir noch ein schönes Foto. Hm... Hm... Oh, das sieht man nicht so, ne? Moment. Nein. Oh, ne. Mist. Da muss ich rausspringen. Hallo? Ich ziehe meinen Diamanten nicht. Guck mal, die Bäume wachsen und tun wir auch schon mehr viel verrückt, ne? Ich ziehe meinen Diamanten nicht. Da ist jemand noch hier unten. Hääääh! Ja. Ja. Und, wie war es? Ja. Oh. Oh. Das war sehr schön. Oh. Du hast ein Inventar behalten? Ich habe mein Inventar behalten, ja. Das ist aber nett, oder? Oh, wie freundlich ist das denn! hallo hallo kuckeks jetzt muss ich natürlich den chat anmachen nur wegen so ein foto so ein thumbnail ja ich sagen wenn du natürlich die ansicht von vorne hast dann kann es nicht mehr abschätzen wo du jetzt hindrücken muss oder hinlaufen wird aber komme ich denn jetzt zum chat bin ich komplett raus option alles anzeigen jetzt kann ich auch t drücken und dann mache ich es meine güte und dann mache ich zurück zur insel bin ich denn ach da schon abgebaut pass das bisschen besser und jetzt ist auch schon der dunkel ich wollte doch nur ein foto machen und nicht sterben bist du auch noch da ja ja dann komm auch rüber hier kommst du noch mit rauf muss also ein muss jetzt sein hallo gucke ich jetzt richtig sie gucken bis zu weiter nach rechts so ist gut sehr schön okay wissen wir das auch im winter behalten wir das schön das habe ich ja voll schon gesagt aber du hast ja auch deine levels behalten sehr schön ja wo du alles im momental ist glaube ich nicht nix drin das habe ich nicht gehabt nein aber ja ach so ich soll noch mal abbauen das wäre recht gut ja juhu und zehn level das ist richtig gut oder xp ach ja so und dann muss dahinten noch was ab wieder wie waren das was so viel ist muss ab genau so die stufe ja 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 brauchst du noch mal so eine treppe da haben wir noch eine ja 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 ist ja 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 ist ja 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 ist ja 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 eine treppe oder eine stufe dran glaube ich nach reisen sollte ich nicht nehmen immer die steinspitze so bevor das noch schlimmer eskaliert werden wir die aufnahme beenden oder bist du die musik also ja ich habe angst also ich will mich ja nicht blamieren so doll so hat sie ich noch mehr als jetzt schon also bäume müssen ich erst mal bäume fällen glaube du warst heute schon richtig gut gewesen also ja das ist gegeben kurze folge wieder kurze folge kurze folge zehn minuten glaube ich na ja aber es ist auch schon als zehn minuten noch lang sein wenn wir sind diamant und ja das ist special buch ein bisschen hier kommen noch ein paar minuten hier ich gehe mal mit bäume fällen das war zeigen wie schön deine bäume wachsend gehört ja alles dazu habe ich ein scherz war wieder anders ins fit laufen kommen die leute wieder ins fernsehen macht ja auch nichts und das für uns sonst natürlich also leute meistens habe ich ein chat ja auch wegen ja das bäume lenkt ein bisschen ab lenkt auch ab ein bisschen naja gut ich muss sagen das geht sage ich mal es sind ja eigentlich doch relativ sehr viele die menschen das würde ich jetzt also die schreiben natürlich auch und die schreibe natürlich auch normal aber du hast auch ab und zu mal ein oder anderen der sagt hier und ja ihr seid alle so lieb und so ja ich hätte eigentlich noch mal so kann also schlimmer vorgestellt hat meist und das ist bei maria von denen etwas ja und ein unterentwickelten ja und dabei es geht es geht hier muss ich sagen schwarze schafers überall nicht nur was ja das muss ich sagen also es hält sich in grenzen natürlich aber es ist natürlich ebenso wenn du natürlich hier auf so einem server scheibe spielt natürlich nur irgendwelche beleidigungen schreibst du bist nicht mehr lange da und das heißt du kannst auch nie wieder rauf ne außer du hast noch einen account oder dann gibt es ja schönen ip bahn ne ja einfach das gute ist jetzt mit dem bahn an sich ist ja wenn du zu deinen user dann liegt also sprich wenn du hier bahn wirst dann ist ja du hast einen einmaligen id nummer zu deinem account ja war ich ja der ist kompletter zweck ne also dann kommst du nirgendwo mal rauf und wenn jetzt ein ja wie soll man sagen wenn es jetzt ein server gibt der mit dem plugin arbeitet tut wo andere zusammenarbeiten mit anderen also generell eine generelle also eine bahnliste gibt die für andere server auszugreifen tut dann kommst du auch nicht mehr rauf ne also serverübergreifende der band ist vorbei naja so wir haben wir schon sehr viel geschafft ich baue gerade eine kleine fläche ran für meinen kopf so generator cookie cookie keks hat die kräfte eine gewinne gekriegt gekriegt war im griffen jetzt hier mit einer liveaufnahme bitte nicht weiter können sonst wir haben ja alles also du ja was du hier zuschauen ja genau so dass genau deswegen habe ich auch mal den chat außen weil die leute müssen ein bisschen abgesichert werden also dass sie nicht direkt hier wenn sie ein bisschen blödsinn machen hier ja gesehen werden was sie angestellt haben ja so wie cookie keks ja so was brauchst du dahin also hier bei euch auf jeden fall zu so langsam also sprich gerade beim vorbereiten für mein kompisten generator den wird wahrscheinlich in der nächsten folge schon sehen können oder auch nicht mal schauen wie lange ich jetzt dafür brauche da wird wahrscheinlich dann ja vier blöcke tief eben arbeiten und das sollte eigentlich auch reichen sage ich mal abfüllen ja auf jeden fall also wie gesagt ist natürlich auch ein bisschen für uns jetzt derzeit noch von der ressourcen ja etwas nicht so günstig weil wir haben nicht so viel eisen aber kommen wir haben sonst nichts habe ich jetzt natürlich noch ein bisschen ihr wisst schick bau natürlich aber das bekommen wir noch hin das haben wir so du bist aber deine bäume da beschäftigt ne von noch am farm hier aber wird die aufnahme jetzt beenden und welch den chat auch wieder ausmachen dann bis zum nächsten mal dass wir das einschalten und bio seid gespannt wie es denn weiter geht hier bei uns auf der insel tschüss tschüss freunde